Während des Ersten Weltkrieges kämpften in der sogenannten Schutztruppe der Kolonie Deutsch-Ostafrika war rund 15.000 weiße und schwarze deutsche Soldaten gegen rund 250.000 Soldaten aus dem gesamten Commonwealth sowie belgischen und portugiesischen Truppen teilen. Dieses Video berichtet darüber. Geführt worden war diese kleine, effektive, von Nachschub und Nachrichten abgeschnittene und mehr als Guerillas kämpfende Streitmacht zunächst von der Major am Ende des Feldzuges von dem zum Generalmajor beförderten Paul von Letto-Vorbeck. Aber als im Spätherbst des Jahres 1917 der deutsche Widerstand immer mehr zu Alarmen drohte, hatte der frühere Oberstabsarzt der Schutztruppe, Prof. Dr. Maximilian Zupica, der bei Kriegsausbruch im August 14 in Togo gefangen genommen und später ausgetauscht worden war, einen Plan entwickelt, wie man der Truppe Letto-Vorbecks die so notwendigen Medikamente sowie Munition und Verpflegung in den fieberverseuchten Tropen auf dem Luftwege zuführen könnte. Dass es schließlich gelungen war, die deutsche Admiralität davon zu überzeugen, dass der Einsatz eines ihrer Marine-Luftschiffe durchaus erfolgversprechend sein könnte, war auch der Autorität des damals bereits 81-jährigen russisch-balten-deutschen Afrika-Forschers Georg August Schweinfurt zu verdanken. Als dann die Entscheidung gefallen war, wurde das auf der Werft in Starken im Bau befindliche Luftschiff LZ-104, das die taktische Bezeichnung L-59 erhielt, um 30 Meter verlängert und mit fünf besonders starken Maybach-Motoren ausgerüstet. Im Gegensatz zu den heute meist zu sehenden Prall-Luftschiffen, den sogenannten Blimps, werden Luftschiffe mit einem kompletten Skelett aus Trägern und Streben Zeppelide genannt. Sie hatten ihren Namen bekommen nach ihrem Erfinder, dem Grafen Ferdinand von Zeppelin, einem Angehörigen des seit 1286 nachweisbaren niedersächsischen Uradelsgeschlechts Zeppelin. Ende des 18. Jahrhunderts waren die Brüder Johann Karl und Ferdinand Ludwig von Zeppelin nach Württemberg verzogen und dort zu Grafen erhoben worden. Ferdinand Ludwig wiederum hatte einen Sohn Friedrich, den späteren Vater des Luftschiffschöpfers Ferdinand. Der war am 8. Juli 1838 in diesem stattlichen Haus in Konstanz am Bodensee geboren worden und hatte sich nach dem Schulbesuch entschieden, offizier zu werden. Mit 17 Jahren war er in die Kriegsschule in Ludwigsburg eingetreten. Dann, drei Jahre später, am 28. September 1858, war der junge Graf Zeppelin zum Leutnant befördert worden und war in das württembergische 8. Infanterie-Regiment in Stuttgart eingetreten, das nach 1870 neben der Nummer 126 den Beinamen Großherzog Friedrich von Baden erhielt und in Straßburg im Elsass stationiert war. Kurz darauf hatte sich Zeppelin allerdings beurlauben lassen, um an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen Staatswissenschaften, Maschinenbau und Chemie zu studieren. Aber wegen des drohenden Österreich-Italienischen Konflikts, dem 1859 ausgebrochenen Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg, genannt auch Sardinische Krieg gegen das Kaisertum Österreich, bei dem auch das würdembergische Kontingent im Bundesheer des Deutschen Bundes mobilisiert worden war, war er ein Jahr später in den Dienst zurückbefohlen und zum Ingenieurkorps versetzt worden, dem Vorläufer der Pioniertruppe. Am 22. September 1862 wurde Zeppelin zum Oberleutnant befördert, um von Mai bis November 1863, während des amerikanischen Bürgerkrieges, bei der Potomac-Armee der Nordstaaten als Beobachter teilzunehmen. Hier die Generalität der Armee. Dieser von 1861 bis 1865 zwischen dem nach Unabhängigkeit strebenden Süden und den Nordstaaten dauernden Krieg ist mit mehr als 520.000 Toten der verlustreichste Krieg in der Geschichte der USA. Aber bei der Potomac-Armee hatte Zeppelin auch den militärischen Einsatz von Ballons miterlebt. Dazu kam eine Teilnahme an einer Ballonfahrt, die bei dem jungen deutschen Offizier einen tiefen Eindruck hinterlassen hatte. Nach Zeppelins Rückkehr aus Amerika hatte ihn König Karl von Württemberg 1865 zum Rittmeister befördert und zu seinem persönlichen Adjutanten ernannt. In dieser Funktion hat Zeppelin mit den auf Seiten Österreichs kämpfenden württembergischen Truppen am Main-Feldzug teilgenommen, wie man die zwischen dem 1. und 27. Juli 1866 stattgefundenen Operationen der preußischen Main-Armee im deutschen Krieg gegen Österreich nennt. Nachdem dann Württemberg nach Preußens Sieg einen militärischen Vertrag mit Berlin geschlossen hatte, war Graf Zeppelin 1868 zur Dienstleistung zum preußischen Generalstab bzw. zum 1. Garde-Tragoner-Regiment Königin Viktoria von Großbritannien und Irland nach Berlin kommandiert worden. Dort hatte er am 7. August 1869 Isabella Freien von Wolf-Alt-Schwanenburg geheiratet. 1879 war die Tochter Helene geboren worden. Hier sieht man das Ehepaar von Zeppelin mit Tochter und Schwiegersohn. Als dann Frankreich am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg erklärt hatte und die süddeutschen Staaten Hessen, Baden-Württemberg und Bayern entgegen der Annahme Frankreichs sich mit Preußen solidarisiert hatten, hatte auch Graf von Zeppelin als Generalstabsoffizier der württembergischen Kavaleriebrigade am Feldzug gegen Frankreich teilgenommen. Dabei war er durch ein besonderes Ereignis bekannt geworden. Um nämlich den Standort und die Marschrichtung der bei Straßburg stehenden 1. Armee des französischen Feldmarschalls Patrice MacMahon festzustellen, hatte er am Morgen des 24. Juni mit 4 Offizieren und 8 Soldaten einen Erkundungstritt durch das angrenzende Elsass durchgeführt. War aber der erste Tag noch klimpflich verlaufen, war Zeppelins Trupp am nächsten Tag in Schirlenhof bei Gundershofen von französischen Truppen gestellt und in ein Scharmützel verwickelt worden. Dabei waren sowohl ein französischer Offizier gefallen als auch der 27-jährige deutsche Leutnant im 3. Badischen Dragoner-Regiment William Herbert Winslow, der erste deutsche Gefallene im siegreichen Feldzug von 1870-71. Hier das Denkmal für Winslow. Bis auf Zeppelin, der entkommen konnte, waren damals alle anderen deutschen Soldaten gefangen genommen worden. Aber aufgrund seiner nach Erreichen der deutschen Linien gemeldeten Erkundungsergebnisse hatte sich die deutsche Führung entschlossen, am 4. August die Grenze zu überschreiten und Weißenburg anzugreifen. 1871 nach Friedensschluss war Zeppelin zum schleswig-holsteinischen Ulanen-Regiment Nummer 15 nach Straßburg gekommen, 1874 als Major zum Dragoner-Regiment König, zweites Württembergisches Nummer 26 nach Ulm, 1882 schließt sich als Kommandeur zum 1. Württembergischen Ulanen-Regiment Nummer 19, König Karl, wo er 1884 zum Oberst befördert worden war. Von Oktober 1886 bis November 87 kommandierte er dann die in Ulm liegende 27. Kavaleriebrigade, zweites königlich-württembergisches. Aber als der Graf, der am 18. November 1890 zum Generalleutnant befördert worden war, als Führer einer Division im Herbstmanöver des Jahres 1890 durch den Inspekteur der Kavalerie, den preußischen Generalobersten Ernst von der Planitz, ungünstig beurteilt worden war, hat er seinen Abschied aus dem aktiven Militärdienst beantragt und war am 29. des Monats als General à la suite des Königs ausgeschieden, wie man Personen bezeichnete, die zum Tragen einer Regimentsuniform berechtigt, aber ohne dienstliche Stellung waren. Ab dann hatte er sich ganz der von ihm schon seit den 70er Jahren verfolgten Idee zur Konstruktion eines starren Luftschiffs gewidmet. Und tatsächlich sollte ihn seine bahnbrechende Entwicklung zum Wegbereiter des heutigen Weltluftverkehrs machen. Aber zunächst war er mit seiner Idee eines lenkbaren Luftschiffes einem kräftigen Shitstorm ausgesetzt worden. Die harmloseste Bezeichnung über ihn war die noch vom Narren vom Bodensee. Spott und Ablehnung waren an der Tagesordnung. Die Fachwelt, sogenannte Experten und Spezialisten, aber auch die Presse lehnte Zeppelins Ideen überwiegend ab. Und auch die von Kaiser Wilhelm II. einberufene Sachverständigenkommission einer Anzahl von Professoren hatte dem preußischen Kriegsministerium von einer Förderung seines Projekts abgeraten. Kaiser Wilhelm II. hatte den Grafen sogar als den dümmsten aller Süddeutschen bezeichnet. Später allerdings hat der Zeppelin rechts neben dem Kaiser mit den höchsten Orden ausgezeichnet. Das erste Luftschiff, das wie alle anderen folgenden Zeppelin genannt wurde, hatte der Graf zunächst aus eigenen Mitteln und aus Spenden bauen lassen. Dann, am 2. Juli 1900, war es soweit gewesen. Vom Bodensee bei Friedrichshafen war Zeppelin LZ1 in die Lüfte gestiegen. Mit diesem Erfolg hatte der Pionier der Luftfahrt alle Zweifler und Skeptiker verstummen lassen. Aber wie wir das auch in der modernen Raumfahrt erlebt haben und auch zukünftig noch erleben werden, war auch die Entwicklung und der Bau der Zeppeline nicht ohne dramatische Rückschläge begleitet. So war nach einem Motorschaden und der Notlandung in echter Dingen das Luftschiff LZ4 am 5. August 1908 vor zahlreichen Zuschauern explodiert und verbrannt. Damit schien das Lebenswerk des Grafen von Zeppelin an seinem Ende angekommen zu sein. Aber dieser in der Öffentlichkeit stark beobachtete Unfall hatte Zeppelins Idee zu einem ungeheuren Schub verholfen. Denn wie aus dem Nichts waren in Stuttgart der nationale Luftschiff-Baufonds für den Grafen Zeppelin entstanden, die sogenannte Zeppelinspende des deutschen Volkes. Am Ende waren rund 6 Millionen Mark zusammengekommen, die der Graf nun in eine Stiftung einbringen konnte, mit der er seinen Konzern zum Bau von Luxus-Luftschiffen gründen konnte, um einen zivilen interdeutschen Luftschiffverkehr mit prächtig ausgestatteten Zeppelins zu betreiben, die Postbeförderung zu beschleunigen und wissenschaftliche Forschungsreisen aus der Luft zu ermöglichen. Dazu war am 16. November 1909 die erste Fluggesellschaft der Welt mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet worden, die deutsche Luftschifffahrtsaktiengesellschaft DELAC. Sie betrieb die von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH gebauten Verkehrsluftschiffe. 1913 gab es ein Zeppelin-Flugverkehrsnetz zwischen Düsseldorf, Baden-Baden-Oost, Berlin-Johannesthal, Gotha, Frankfurt am Main, Hamburg, Dresden und Leipzig mit beeindruckenden Zahlen. Bis zum Juni 1914, den Monat vor Beginn des Ersten Weltkrieges, hatten die Luftschiffe der DELAC insgesamt 34.028 Passagiere auf 1.588 Fahrten transportiert und in 3.176 Flugstunden eine Strecke von 172.535 Kilometern zurückgelegt. Auch wenn im Ersten Weltkrieg die Propaganda solche Postkarten veröffentlichte, war eine militärische Verwendung des Luftschiffs als Bombenträger vom Grafen Zeppelin nicht geplant worden. Und tatsächlich waren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges auch nur lediglich 26 Zeppeline hergestellt worden, davon nur sieben ausgerüstet mit Maschinengewehren, jedoch ohne Ziel- oder Abwurfgeräte für Bomben. Auch verfügten diese bedienenden Soldaten über keine Kampf- oder Bombardiererfahrung. Aber mit Beginn des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 hatte die DELAC die Stahlluftschiffe LZ-11 Victoria Luise, LZ-13 Hansa und LZ-17 Sachsen an die deutsche Armee abgeben müssen. Und im weiteren Verlauf des Krieges wurden dann tatsächlich immer mehr Zeppeline eingesetzt, hauptsächlich bei der Marine zur Aufklärung und zu Bombenangriffen gegen verschiedene Ziele, mehrheitlich aber gegen England. Dabei ist eine ganze Reihe der Zeppeline verloren gegangen, mit und ohne Feindeinwirkung. Was nun das weitere Schicksal des Grafen von Zeppelin und seiner Idee betrifft, ist das schnell erzählt. In den letzten 1,5 Jahrzehnten seines Lebens waren dem am 5. Dezember 1905 zum General der Kavalerie ernannten höchste Ehrungen zuteil geworden. Am 8. März 1917 ist Ferdinand, Graf von Zeppelin, im Alter von fast 79 Jahren in Berlin verstorben. Die feierliche militärische Beisetzung fand in Stuttgart statt. Sein Werk war dann fortgesetzt worden von seinem früheren Kritiker, Dr. Hugo Eckner, im Bild links, seit 1912 der Direktor der deutschen Luftschifffahrtsaktiengesellschaft DELAC. Der hatte sich im Laufe der Zeit zu einem starken Verfechter der Zeppelin-Idee gewandelt. Als im November 1918 das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verloren hatte, war zehn Jahre später auf Eckners Initiative das Riesenluftschiffkraft Zeppelin und 1931 der ebenso große Zeppelin Hindenburg gebaut worden, die durch ihre Fahrten rund um die Welt weltberühmt wurden. Hier der Größenvergleich des Hindenburgs mit den Flugzeugen unserer Zeit. Rot zeigt die Umrisse des Airbus A380. Das Ende der Zeppeline wurde eingeläutet, als am 6. Mai 1937 Hindenburg bei der Landung in Lakehurst bei New York aus heute noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen war, wobei 36 Menschen starben. Danach war in Deutschland der Staat der Zeppeline nicht mehr genehmigt worden, zumal die Vereinigten Staaten aus strategischen Gründen den Verkauf des nicht brennbaren Heliums untersagt hatten und ein Weiterbetrieb mit dem leicht entzündbaren Wasserstoff aufgrund der Risiken nicht länger hingenommen werden konnte. Nun aber 20 Jahre zurück zum 25. Oktober 1917 an dem das eingangs von mir erwähnte Luftschiff L-59 in Dienst gestellt worden war. Kommandant war Kapitänleutnant Ludwig Bockholt. Der war 1903 in die Kaiserliche Marine eingetreten und seit Oktober 16 bei den Marineluftschiffen, wo er nacheinander drei Zeppeline kommandiert hatte, bis er am 3. November 1917 L-59 übernommen hatte. Kapitänleutnant Bockholt war der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als er am 23. April 1917 mit LZ-66, taktische Nummer L-23, die norwegische Dreimastpark Royal beim Horn-Reef in der Nordsee aufgebracht hatte und als Prise nach Cuxhaven bringen ließ. Dieses Bild zeigt, im Gegensatz zum vorherigen, den richtigen Luftschiff-Typ. Es ist einmalig in der Geschichte, dass ein Luftschiff ein Schiff auf See aufgebracht hat. Jetzt war Kapitänleutnant Bockholt mit der sogenannten China-Sache betraut, wie man seine geplante Kriegsfahrt zur Unterstützung der Ostafrika-Truppen aus Tarnungsgründen verschleiert hatte. Nach Abschluss aller Arbeiten war das Luftschiff in einer 28-stündigen Fahrt am 4. November im deutschen Zeppelin-Stützpunkt Jambol, dem südlichsten militärischen Luftschiffhafen der deutschen Armee im verbündeten Bulgarien eingetroffen. Jambol war damals genutzt worden für Aufklärungsflüge und Bombenflüge gegen Rumänien, Russland, den Sudan und den britischen Malta. An Bord war eine Ladung von vier Eisenbahnwaggons, insgesamt 50 Tonnen, darunter Munition, Maschinengewehre, Verbandstoffe und Medikamente, Benzin, Öl, Wasser und Lebensmittel. Da man davon ausging, dass man nach der Versorgung der deutschen Truppen in Afrika keinen Treibstoff mehr zur Rückfahrt haben würde, war von vornherein geplant, dass alles Verwertbare des Zeppelins von Letto Vorbecks Mini-Armee verwendet werden sollte, wie Zelte und Mullbinden aus der Außenhülle und aus dem Aluminiumgerüst Tragen, Barackengerüste oder Sendemasten. Der erste Startversuch am 13. November 2017 war wegen zu starker Winde abgesagt worden und auch der zweite Versuch am 16. November hatte nach einer Fahrzeit von 22 Stunden wegen Friendly Fire durch nicht informierte osmanische Truppen und wegen der ungünstigen Wetterlage zur Rückkehr in den Balkanhafen Jambol geführt. Dann aber, am 21. November um 8.35 Uhr morgens, ging es los. An Bord von L-59 befanden sich neben Professor Zupica auch der bereits erwähnte spätere Nachfolger des Graben von Zeppelin, Dr. Hugo Eckner. Man hatte der Dorf Vorbeck beim Makonde-Hochland in Ostafrika vermutet. Unter Umgehung des Schwarzen Meeres mit Kurs Adrianopel, heute Edirne, war L-59 über der alten Heerstraße der römischen Regionen weiter nach Konstantinopel gefahren, dem heutigen Istanbul. Fuhr dann in 1000 Meter Höhe, gesichert von einer Kampfstaffel der deutschen Fliegerabteilung von Smyrna oder Izmir über Kreta im Mittelmeer bis zur afrikanischen Küste, dann über die libysche Wüste bis nach Sudan. Mittags war zeitweise der Vordermotor ausgefallen. Darüber hinaus hatte die fast unerträgliche Hitze beim Zeppelin zu Gasverlust geführt, was L-59 in Kombination mit auftretenden schweren Böen so heftig zum Stampfen gebracht hatte, dass etliche Männer der Besatzung seekrank geworden waren mit allem, was dazu gehörte. Auch hatte die eintönige Verpflegung den Männern Verdauungsschwierigkeiten bereitet, dazu war der dauernde Durst gekommen. Doch noch war die Besatzung guten Mutes, galt es doch, die Kameraden der Schutztruppe entscheidend unterstützen zu können. Allerdings waren bei Kapitänleutnant Borgholt bisher keine Funksprüche des Admiralstabes und der Admiral von Holzendorf über die militärische Lage bei Letto-Vorberg eingegangen. Was aber auch daran gelegen hatte, dass L-59 beim Durchfahren einer Gewitterfront über dem Mittelmeer die Antenne der Funkanlage eingeholt hatte. Als die dann über dem Sudan wieder empfangsbereit gewesen war, empfing L-59 am frühen Morgen des 23. November eine von der Großfunkstation Nauen gesendeten Funkspruch des Admiralstabes. Unternehmung abbrechen, zurückkehren, Feind hat besetzt, größten Teil Makonde-Hochlands steht bereits bei Quintangari. Portugiese angreift von Süden, Rest-Schutztruppe. Im Internet findet man eine weitere Version des Funkspruchs. Letzter Stützpunkt Letto-Vorbecks, Rebala verloren gegangen. Ganzes Makonde-Hochland im Besitz der Engländer. Teile Lettos gefangen. Rest nördlich hart bedrängt. Sofort umkehren. Was nun hinter dem Funkspruch steckt, ist auch heute noch nur Interpretationen und Spekulationen unterworfen. War man am Ende, wie auch so oft im Zweiten Weltkrieg, den britischen Geheimdienst auf den Leim gegangen, der eine Ente lanciert hatte? Der Letto-Vorbeck hatte mitnichten kapituliert. Da aber der Sender der Funkanlage von L-59 ausgefallen war, war eine Rückfrage Bockholz nach Berlin unmöglich gewesen. Daher hatte der Kapitänleutnant schweren Herzens den Befehl zum Abbruch des Unternehmens befolgt. Und das, obwohl er noch einen Brennstoffvorrat von 24 Stunden gebunkert hatte und zwei Tage später bei Letto-Vorbeck gewesen wäre. So aber war L-59 nach seiner ebenfalls mit Schwierigkeiten verbundenen blau gestrichelten Rückfahrt mit starkem Gegenwind, bei dem wegen Gasverlustes noch ein Teil der Ladung abgeworfen werden musste, nach einer Fahrt von 95 Stunden über drei Erdteile hinweg am 25. November um 7.30 morgens wieder sicher im Hafen Jambol eingetroffen. Das Erinnerungsfoto zeigt die gesamte Mannschaft unmittelbar nach ihrer Rückkehr. Nachdem die Versorgung der Schutztruppe nicht geklappt hatte, hatte sich Letto-Vorbeck, dessen Anherr bereits 1330 zum ersten Mal erwähnt worden ist, mit seinem bis zum Kriegsende unbesiegten Heerbahn weiter nach Süden zurückgezogen und hatte sich durch Raubzüge und Plünderungen versorgt. 1940 ist Letto's Sohn Rüdiger im Frankreich-Felszug bei Ormien gefallen, sein Sohn Arndt 1941 während der Schlacht um Moskau. Nach dem ersten Weltkrieg hat sich Letto Vorbeck zu der Kriegsfahrt von L-59 geäußert und angezweifelt, ob ihn der Versorgungszeppelin in dem riesigen Territorium überhaupt gefunden hätte. Hier sieht man Letto Bildmitte nach seiner Kapitulation mit einem britischen Offizier links. Vielleicht hatte er ja bereits von dem erfahren, ob die Briten, wie stark vermutet wird, über die Fahrt von L-59 informiert worden waren, was wiederum Aufschluss geben könnte, zu den von Nauen aus abgesetzten und weitestgehend nicht zugetroffenen Funkspruchs. Und Letto Vorbeck hatte seine Aussage dahingehend ergänzt, dass der Versorgungsflug einen Monat früher hätte starten müssen, um die Unterstützungsmission erfolgreich zu erfüllen. Unbeschadet davon aber hatte Zeppelin L-59 in 95 Stunden und 5 Minuten 6757 Kilometer zurückgelegt, ein bis heute ungebrochener Streckenrekord für ein militärisches Luftschiff. Und als eine weitere wichtige Erkenntnis war damals gewonnen worden, dass es trotz der Probleme mit der Bewältigung der großen Temperaturschwankungen möglich wäre, Langstreckenfahrten mit Zeppelinen zu unternehmen, um Distanzen zu überwinden, die damals keinem Flugzeug möglich waren. Hier Bockholz Original Wegekarte. Da von der Admiralität nicht erwartet worden war, dass L-59 von seiner Afrika-Mission zurückkehren würde, hatte es keine Pläne für weitere Missionen gegeben. Vorschläge für Versorgungsfahrten zugunsten der Osmanischen Armee von Enver Pasha in Arabien oder zur Minensuche vor Konstantinopel waren von den verantwortlichen Stäben abgelehnt worden. Also wurde L-59 wieder mit Maschinengewehren ausgerüstet und ab Anfang 1918 zu Angriffsfahrten, Aufklärungsflügen und Bombenangriffen gegen den Nahen Osten oder Italien eingesetzt. Dann am 7. April 1918 war L-59 vom bulgarischen Jambol erneut aufgestiegen, um den britischen Marinestützpunkt Malta anzugreifen. Dazu war es über den Balkan bis zur Straße von Ontranto gefahren, der Meerenge im Mittelmeer zwischen der Apenninen Halbinsel bzw. Salento im Westen und der Balkan Halbinsel im Osten, wo das aufgetauchte deutsche U-Boot UB-53 unter Oberleutnant zur See Robert Sprenger am Abend des 7. den Zeppelin noch in einer Höhe von etwa 210 Meter hatte vorbeifahren gesehen. Doch wenig später, so Sprenger, hätten sie um 20. 34 zwei Explosionen gehört und eine riesige Flamme gesehen, die das komplette Luftschiff eingehüllt hätte, das dann im Meer versunken wäre. Alle Rettungsversuche von UB-53, das am 3. August 1918 ebenfalls in der Straße von Ontranto durch das Fahren auf eine englische Mine versenkt worden ist, waren erfolglos geblieben. Alle 21 Besatzungsmitglieder von L-59 waren ums Leben gekommen, darunter auch Ludwig Bockholt. Als Ursache für den Verlust des Zeppelins wird ein Blitzschlag vermutet, kaum wahrscheinlich ist der Abschuss durch ein englisches oder italienisches Kriegsschiff. Im Park von Jambol, der Stadt im Südosten Bulgariens an der Tunscha erinnerte ein Gedenkstein an L-59 und seine Soldaten und an die bis heute nicht eingestellte unglaubliche militärische Rekordfahrt des deutschen Zeppelins nach Afrika und zurück. Untertitelung